Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA Ultimate Team. Wir machen jetzt weiter und ich habe mal geguckt, ob Online-Draft wirklich das erste Mal kostenlos ist, aber das ist schwarzsinnig. Das erste Mal war offline kostenlos, Leute, dann hat irgendjemand ein bisschen Scheiße erzählt. Deswegen machen wir das nicht und offline, also Einzelspieler, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht bei Ultimate Team machen. Ich habe noch ein paar kostenlose Packs mir besorgt, beziehungsweise er spielt und die können wir mal ziehen, es ist halt nichts krasses dabei oder so, aber wir tun es jetzt einfach mal gemeinsam. Alter, nee, oder? Das kann er mal nicht angenieren. Das Ding ist, was ich auf jeden Fall brauche, ist Heilung und so weiter, also deswegen ist es gar nicht mal so schlecht. So, Premium Silber Pack. Da darf man natürlich nicht viel erwarten. Tempo 85, der sieht nicht so aus, als könnte er rennen. Aber gut, okay. So, das Gold-Set, würde ich sagen, nehmen wir uns für den Schluss auf. Oh, shit, Alter! Antonio Carlos! Nee, oder? Das kann ja wohl nicht sein, ey. Das ist krass. Das ist ja krass. Weg mit dem. Keine Ahnung, ob da irgendjemand dabei war, der vielleicht mehr gebracht hat, aber ich weiß nicht. Bisher hatte ich keinen Erfolg mit Leuten anbieten oder sonst was. Naja. Auch nichts Besonderes dabei. So, und zuletzt das Gold-Pack. Oh, shit, Kruse! Alter! Da geht mir einer ab. Okay, so. Ich würde sagen, ähm... Komm, ich gebe noch ein bisschen Münzen aus. Zwei Packs hole ich mir nochmal davon. Warum nicht? Scheiß drauf. Vielleicht ist ja noch etwas Gutes dabei. Ja, Blind, Alter! Boah! Krass! Das ist ja sick, also. So, wie gesagt. Eins können wir uns noch davon. Und dann zeige ich euch mal meine aktuelle Mannschaft. Krass. Krass. Bändner. Naja. So, na gut. Alles klar. Bisher wirklich nur Scheiße drin gewesen. So, gehen wir mal auf meine Mannschaft. Die aktuell so aussieht, beziehungsweise aussehen würde mit dem und dem hier. Denn, äh, ja, ihr seht, die sind verletzt und ich hab einfach diese Scheiß-Heilungskarten nicht. Und irgendwie will ich die auch an so einem nicht verschwinden. Wisst ihr, was ich mein? Da fällt ich vier Spiele aus, die Kack-Wurst. Na gut, egal. Ähm. Ihr seht sie. Ich hab mir punktuell nochmal ein, zwei Spieler geholt. Und zwar hier. Zack, zack, zack. Ähm, Sturm hab ich mir nochmal Martinez gegönnt. Und der geht richtig gut ab. Der ist richtig geil. Geile Sau. Ähm, Rakitic. Überragend, ohne Scheiß. Der ist richtig geil hier im Spiel. Und es macht echt Bock mit dem. Ähm. Ich hab mit dem jetzt sieben Spiele seht. 19.500. Ich weiß gar nicht, ob es übertrieben war an dem Tag. Aber mit dem hab ich jetzt auch schon sechs Tore gemacht. Und ich hab mir Piqué gegönnt. Das heißt, in jeder Reihe nochmal einen richtig guten Spieler. Und, ähm, ja. Den macht es echt Bock. Also Rakitic ist richtig geil. Ohne Witz. Der ist... Pfff. Das macht Laune, Leute. Das macht echt Laune mit dem. Kann ich euch mal flüstern. So. Ansonsten würde ich sagen, machen wir nochmal ein Match, oder? Versuchen wir nochmal unser Glück. Online-Saison. Und, ähm, spielen wir nochmal eine Partie. Wie gesagt, sieht jetzt nicht so gut aus. Eigentlich würden da ein, zwei Spiele noch ausgewechselt werden. Und dann ist die Chemie natürlich auf 100. Und die Spiele sind auch ein bisschen besser. Aber es passt schon. So. So. Kann losgehen. Mal gucken, ob ich zerstört werde. Und, äh, hat sich das jetzt schon erwähnt? Oh, warte mal. Kurz seine Mannschaft angucken. Englische Liga. Ja. Ja. Also, wir haben eine bessere Mannschaft. Aber, ja, gut. Ich bin halt nicht so krass in FIFA. Das ist das Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Aber, Leute. Ey, was ging bei der letzten Folge ab? Es ist schön, dass ihr mir da heute helfen wolltet. Aber ich verwette mein linkes Ei, dass ich das angesprochen habe mit der Latenz. Ähm, dass er nicht so eine gute hatte. Und das ist mir auch bewusst. Ich spiele zum ersten Mal FIFA Online. Auch wenn es so ein bisschen so aussieht. Weil ich scheiße bin. Aber, ja, danke, Leute. Das ist, dass man auf die Verbindung achten soll. Ja. Vielleicht könnt ihr mir ja diesmal, ähm, sagen, wie man, wie man passt. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt X war. Oder ob es doch... ÖY! Boah, ist doch vielleicht Kreistast. Also, schreibt es gerne mal in die Kommentare, bitte. Mh, dann könnt ihr mir echt weiterhelfen, Leute. Danke dafür. Ne, Quatsch. Also, wie gesagt, war man nicht gemeint von vielen. Aber ich wurde teilweise sogar auf Twitter angeschrieben. Und sowas kann ich erleiden. Gerade bei so einem Punkt. Ich muss auf jeden Fall lachen. Also, so viel ist sicher. Rakitic, warum ist der hier nicht eingetellt? Oh, shit. Na gut. Boah. Rakitic. Ist natürlich ein bisschen gewagt, der Schuss gewesen. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder konzentrieren hier, dass es auch online ist, alles hier. Schön weggeblockt. Also, wie gesagt, Rakitic ist richtig geil. Martinez ist auch echt Bombe, so, für den Preis. Weiß, kann ich was bezahlt, aber so, den normalen Preis hier. Ja, mir glaube ich, den, ähm, beim Bieten war ich wohl am besten dabei. Nein, was ist das wieder für ein Scheißendreckpass? Spiel! Oh. Oh, shit, man. Mann, wir sind ja die Passgötter. Deswegen, also, ihr seht schon, das wäre schon nicht schlecht, wenn ich wüsste, wie man passt. Oh, shit, Risiko, Risiko. Boah, shit. So. Und ihr könnt gerne mal schreiben, was war das denn? Ja, das könnt ihr mal gerne schreiben. Ähm. Was ihr gerne bei Ultimate Team sehen wollt. Denn, äh, ich hab ja schon am Anfang gesagt, ich bin jetzt nicht derjenige, der da mehrere hundert Euro investieren würde. Würde ich niemals machen. Ähm, deswegen, also, das, so, das, so, Paxi jedes Mal, etliche, äh, das, äh, das, äh, wird nix. Boah, wie kann er den halten? Shit! Deswegen, also, was wollt ihr sehen? Dass wir einfach immer wieder mal ein Match machen, oder so, online-mäßig, weil, ja, der Karrieremodus, äh, das Interesse schwindet. Da wird eine Saison gespielt, sondern dann war's das, weil, es war schon, irgendwie, bei Spieltag, äh, oder Part 15, oder so, das Feedback, echt, für mich persönlich, zu wenig. Und jetzt erst recht. Deswegen, das Interesse schwindet. Und, äh, ja, wenn's jetzt bei Ultimate Team auch ist, was ja okay ist, wenn ihr keinen Bock habt, habt ihr keinen Bock. Das ist ja kein Problem. Ähm, dann endet die FIFA-Saison dieses Jahr mal wieder, bevor überhaupt die Hinrunde zu Ende gespielt worden ist, in echt. Weil, ja, ja, gut, das ist FIFA so, weißt du, ich kann das auch für mich alleine spielen. Das ist ja kein Problem. Also, da muss ich keine Videos machen. Das heißt, ähm, na, ein bisschen zu weak, Alter. Das heißt, wenn ihr noch Interesse habt an Videos, schieß ihn rein! Wow! Shit, Moment mal. Yeah! Ja, scheiße, verkackt. Ähm, da lasst das Feedback da, ohne Scheiß, es liegt wirklich nur an euch. Also, das ist so ein Projekt, das muss ich nicht auf Zwang irgendwie zocken, oder ich muss gar nichts auf Zwang aufwenden. Ähm, FIFA ist ein gutes Spiel, was ich schön finde, ich alleine zocken. Das ist ja, no problem, so. Aber, ähm, ja, du wirst schon. Was macht er jetzt für Faxen jetzt? Ja, Junge, wann macht er für Faxen jetzt hier? Mach doch jetzt, du, Furz! Das ist Ter Stegen, Junge! Ter Stegen! Sieht da sich jetzt jede Chance rein? Ist das so ein Bastard? Offensichtlich ist es so ein Bastard. Na gut, alles klar. Deswegen hasse ich es eigentlich, gegen Fremde online zu zocken, ne? Ich hasse es eigentlich, FIFA online gegen Fremde zu zocken. Da passt der Torhüter auf, weil die Smackball. Schönes Ding, Racketitsch! Martínez! Boom, Junge! Yeah! Bam! Yeah, man! Die 2,9, ey. Was ist mit meinem Stadium los, Alter? Warum ist das so nicht auf den Tribünen los? Was ist das hier? Genau unter die Latte. Ich fasse es. Jetzt steht es 2 zu 0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Oh, wie es plötzlich nicht mehr ruckelt, ne? Aber was mich verwundert hat, oh shit, das juckte nicht. Ich hab gegen einen Kumpel gezockt, wie gesagt, das hab ich euch ja schon erzählt beim letzten Mal. Ich hab eine 100.000er Leitung, er hat, glaube ich, 120.000er Leitung und ich hab trotzdem geruckelt. Wisst ihr, was ich meine? Das hat mich halt verwundert und das hat mich auch... Ach shit, ich hab das nicht. Aber trotzdem ist der Ball weg. Das setzt er sich gut... Das hast du... Boah, Junge. Das hat mich halt so verwundert und es ist ja keine Seltenheit, dass die EA-Server nicht funktionieren, Leute. Ich spiele EA, spiele online schon, keine Ahnung, Alter. Zehn Jahre mindestens. Ja, und das ist... Oh shit. Ey, warum läuft der weg vom Ball-Racketage? Und es ist keine Seltenheit, dass die Server nicht funktionieren oder oftmals einfach ruckelig. Ja, Alter. Das ist halt so das Ding. Aber jetzt läuft es echt gut, muss man sagen. Was sollte das werden? Was sollte das werden? Ja. Wie sagt man es zu? Ein sweaty Goal. Aber jeder soll... Das ist auch so ein Ding, wa? Das ist auch so ein... Von dem, meiner Meinung nach, möchte ich gerne cool. Immer sagen sie, ja, ich will schön Fußball spielen. Ich will hier spielen, wie es in echt sein würde oder wäre, besser gesagt. Aber ein sweaty Goal, das geht nicht. Alter, wenn du in echt so eine Situation hast und du passt in der Situation nicht rüber, die köpfen dich in der Scheiß-Kabine, wenn die deswegen verliert. Sie macht doch das Scheiß-Tor, Alter. Entweder du willst gewinnen oder du willst nicht gewinnen. Entweder du willst spielen wie in echt oder du willst nicht spielen wie in echt. Wenn du natürlich jetzt so ein hübelster Flickflack-Overdeck-Drive-Man bist, der nur am tricksen ist hier im FIFA und abfuckt, dann darfst du natürlich keins wirklich toll machen, weil dann ist es natürlich... Dann spielt es ja nicht realistisch. Wurde mir auch als Tipp geschrieben. Du musst... Mein Gott, ihr Vollspastis. Wurde mir auch als Tipp geschrieben. Du musst mehr tricksen. Dann spielst du besser. Okay. Danke. Schön. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Ach ja, wir haben so einen Bastard. Na gut, okay, du überspringst es doch. Junge, wenn du keinen Bock mehr hast, dann geh doch einfach raus. Das sind immer die Besten, weißt du. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepült. Das sieht halt nicht gut aus für dich. Aber ist auch klar so. Ich hab die bessere Mannschaft, muss man einfach mal so sagen. Ich hab keine Chance da drüben, ne? Dos Santos. Ich muss mal als Standardschützen Rakitic einen teilen. Ich hab Bock jedes Mal, das zu wechseln. Das nervt. Der Angriff könnte was werden. Rodriguez. Den Ball hält der Gute. Tja. Er hat ihn sogar gespielt. Okay, ich dachte, mein Spiel hätte den rausgespielt. Das ist natürlich bitter jetzt. Eine bittere Pille. Wow. Was, du Hölle, Mann? Es muss Rot geben. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemesselt wie der Szene-Wolf. Ist rot gewesen, Alter. Wie er mich von hinten weggemacht hat. Der bestet. Abstöße, Freistöße ist immer ein grauen. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Und es gibt Eckball. Und es gibt Eckball. Herz Jackson. Jetzt lauf doch mal. Den kriegst du noch. Nacho Monreal. Nacho, was? Verraino. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Aduris. Ja, nee, das war ein bisschen... Was ist jetzt los? Da muss er doch besser aufpassen. Und jetzt, und jetzt darf er sich aber gar nichts mehr aufpassen. Was ist denn? Was ist denn passiert? Da habe ich da hinten noch weggemacht, da ist. Fahrrücksier! Ah. Ey, der Knopf war noch gespeichert vom Kopfball. Ey, was ist denn das immer jedes Mal? Scheißdreck hier, ey. Geh doch mal weg jetzt hier von mir. Dos Santos, du Gurkenkopf, Alter. Gut gemacht, der hat den Ball erobert. Alter, der presst jetzt hier ganz gut. Alter, hau den doch mal jetzt weg hier vom Platz. Was geht da? Der Pisser will nur noch meine Spiele verletzen. Das ist sowieso richtiger Dreck, das ist nicht. Ultimate Team, ne? Oh, nervt das. Krass. Warum auf den? Bist du vollkommen verblödet? Ich habe nicht auf den gespielt. Also, ich wollte jedenfalls nicht. Schieß! Da brauchen wir wieder Ewigkeiten, dass das did it. Oh mein Gott. Abseits. Und gerade sagen, warum freifelt er das nicht ab? Hat er direkt nochmal eine Faust kassiert, der Martinez. Ich habe den auch überhaupt nicht. aber das sieht aus, als könnte es unser erster Sieg werden, Leute. Oh mein Gott! Einfach nur. Was ist das denn wieder für eine Kacke? Sowas ist doch einfach nur unnormal nervig. muss man dazu was sagen? Oh, Respekt, du überspringst. Korrekt. Das hatte sich nicht abgezeichnet. Vielleicht war der Gegner dann einen Moment doch nicht aufmerksam genug. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Nein, nein. Komm, Piqué, enttäusch mich nicht. Oh Gott, Piqué, Alter. Ich verliere die Kacke noch. Ich habe meinen Maul zu früh aufgerissen. Das wäre es gewesen, Bro. Was ist das für eine Kacke? Galt dein Maul, du blöder Moderator. Gute Flanke. Mann, ey. Ich will nicht losen. Ich will nicht losen. Ich will nicht losen. Das wäre ja nicht so geil wie ein runder Busen. Boah, Junge, hör auf zu run. Das ist wieder richtig heftig. Du musst rauskommen. Testing. Locker, easy, flockig. Äh, Testing. Richtig Nackenklatsch auf das Leben, glaube ich. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Was zur Hölle, Mann. Was zur Hölle. Gutes Technik, fair gemacht und er hat den Ball. Wer hat ihn, hat ihn, und jetzt ein Schuss. Wow. Der Ausgleich. Oh, Scheiße. so, die letzten Minuten werden jetzt nochmal richtig dramatisch. Alles offen in dieser Partie. Durch den Ausgleich sind sie natürlich im Aufwind. Das ist doch unklar. Sie haben es wirklich noch gepackt, der Ausgleich. Quasi mit den Schlusspfiff. Oder geht hier sogar noch mehr? Alter. Da kann man nur den Hut ziehen. Sie zeigen eine tolle Moral und holen sich hier den Ausgleich. Alter hat er den, wie kann er den so reinsammeln, während der so krass gestört wird? Dass der vor, dass überhaupt nicht geklärt worden ist, wieder ist natürlich wieder bezeichnet, aber krasses Tor. Was haben wir da zu sagen? Krasses Tor. Hat er gut gemacht. So wie ich jetzt den Freistoß. Ja, ich musste natürlich den Spruch bringen, ist ja klar. Du musst ja selbst an mich glauben, gell? Oh Mann, Alter. Oh Mann. Ich hätte mein dummes Maul halten sollen. Ich hätte mein dummes Maul halten sollen. Oh, egal. Wie kann man das noch verlieren? Ich werde das niemals hochladen. Scheiße. Was soll man da zu sagen? Ich bin erschüttert. Die Macht spürt eine Erschütterung. Junge, Alter Gott. Zwei unentschieden, eine nieder. Ich bin der beste Zocker der Welt. Gut Leute, egal. Das war's dann für dieses Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ja, lasst mich gerne wissen, ob ihr mehr sehen wollt von Ultimate Team von mir. Das heißt, lasst Feedback da in den Kommentaren. Lasst auf jeden Fall einen dicken Like da. Checkt gerne nochmal auch meine Facebook- und Twitter-Seite ab. Links sind in der Beschreibung drin. Und ja, wie passt man nochmal eigentlich? Ihr seht, ich brauche auf jeden Fall Hilfe. Ja, kacke Mann. Mist, es ärgert mich. Aber ein schönes Tor von dem. Muss man einfach so sagen. Geiles Tor. Obwohl er so krass gestört worden ist. Na gut, egal. Leute, danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss.